Das Haus ist größer geworden. Ja, wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Juhu. Ich habe eine Küche. Oh, ich habe keine Kochutensilien. Ja, ich weiß jetzt auch nicht. Das Kochen. Oh, das Kochen war glaube ich so schon ein bisschen nicht so leicht. Hilfsmäßiger Pfad. Nee. Hilfsmäßige Truhe. Ich wollte schon so eine Schrott-Truhe oder eine Steintruhe. 40 Objekte. 40 Objekte. Holz. 40. Ja, können wir auch. So. Kann ich hier kein... Hä? Wieso kann der Gegenstand nicht verwandeln? Och. Ich hatte doch schon mal Truhen hier in der Butze. Ich hatte doch schon mal... Hä? Soll das? Das finde ich jetzt nicht gut. Das mag ich nicht. Ich will nur meinen Truhen verwenden im Haus. Das geht ja nicht. Soll das? So kann das ja nicht angehen hier. So. Was haben wir denn jetzt? Achso, ja, die zwei gehen jetzt nicht da rein. Nee. Das geht wirklich nicht. Die, die, die. So. Aber da haben wir auch schon wieder 5000k. Also das ist schon gut. So. Okay. So, enter, enter, enter. Kann man eigentlich Scheunentiere auch umziehen? Würde ich gerne mal testen, eben. Achso, man kann die verkaufen. Öh, okay. Hatte ich jetzt nicht vor. Vielleicht kann man die auch verschieben so oder so. Ich denke es jetzt einfach mal. Wir haben jetzt kein freies Gebäude mehr. Aber ich denke, man kann die auch bestimmt verschieben. Ich würde gerne ein größeres Farminggebäude, äh, äh, klar bauen. Aber kann ich ja jetzt aktuell noch nicht. Oh. Guck mal. So. Da kann ich ja bestimmt ein anderes Farmgebäude nehmen, oder? Ach, ja, ja, ja. Ich weiß nicht, ob da jemand noch brauchte. Reiselbeere. Ist das Bronze, oder ist das Gold schon? Das ist bestimmt Gold schon, ne? Weizen. Können wir auch so verkaufen. Zack. So, ich würde noch mal in die Höhle gehen. Aua. Ein bisschen Höhlenzeit. Eine Kastanie. Eine Kastanie. Kostier. So, lass mal gucken. Hier missten wir rein, ne? Oder? Feuerschaft, klar. Wir müssen ja zum Feuer, äh. Ah, Alter. Okay. Okay. Okay, die muss auf jeden Fall besser werden. Wir müssen ja zum Feuer, äh. So, wann auch immer wir da haben. Und man hat mich schon wieder gestochen. Drecksau. Oh. Wir müssen, wir müssen unsere, äh. Die müssen wir auf jeden Fall upgraden, ey. Oh. Die müssen wir auf jeden Fall upgraden, ey. Zack. In die nächste Ebene. Oh, 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 oh. Ah. Irgendwas hat mich gestochen. Es tut so weh. Ja, vielleicht leicht gerochen. Hat es... Nicht. Uh. So. Jetzt wollen wir eigentlich nachher spazieren gehen. Jetzt ist es am Gewitter. Bin mal gespannt. Wann wir nachher noch spazieren gehen können oder nicht? Ich liebe spazieren gehen. Schalom. Oh. Kommt er? Oh. Schalopp. Giftbeutel. Ah, ja. Habe einen Giftheutel. Immer parat. Alter. Das ist aber schwer. Ich würde wenigstens gerne Ebene 5 erreichen oder irgendwie sowas. Das wird mir hier gerade relativ sehr schwer gemacht hier mit dem Zeus. Befunden. So. Achso. Wollen wir mal kurz. So. In die nächste Ebene herein. Das finde ich immer fein. So. Lass mal gucken. Dann esse ich nochmal eine Esskastanie. Würde ich normalerweise nicht essen. Aber so ausgegeben und anders gerade. So. Das war eh was essen müssen. Oh nein. Aha. Moppel. Komm her. Komm her, Moppel. Ey. Ey. Wer hat die erlaubt, mich anzupäscheln? Komm her. Komm her. Ja. Die Spitzhacke ist echt. Muss stärker werden. Aber wir wollen ja auch ein bisschen jetzt, äh... Ne? So. Muss stärker... Also ich brauche eine bessere, aber, äh... Ist gerade besser als gar nichts, ne? Okay. Hupsa. Auge juckt. Auge juckt. Es juckt so doll. Da krieg ich Augenschollen. Uh. Augenschollen? Ja, ich weiß es nicht. So. Uh. Feuergeode. Ich muss mal die ganzen Geoden wegbringen, ey. Geode, Geode. Uh. Moin Moppel. Uh. Warte halt nicht. Ausgemoppelt. Puh. Puh. Sollte unter Wasser vielleicht besser weitermachen, ey. Ich möchte jetzt... ...ins letzte Level. Musik gefällt mir sehr gut. Was hab ich grad mal so am Sagen. Achso, 18 Uhr ist es jetzt. Deswegen hat er gerade einmal gerade so ein bisschen geschubbelt. Ein wenig... ...ein wenig komisch gelöst. Das dann legt so um 18 Uhr. Aber wahrscheinlich, weil da direkt das ganze Gang sich wahrscheinlich umstellt. Denke ich jetzt mal. Musik. 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 Alter, was geht mit dem? Stirb. Au. Er ist immer fies. Ich komm nicht an den ran. Oh, ich steh drin. Er ist immer fies, wenn man da drin steht, ey. Die Nacht macht es. Musik. Ja, wo ist denn jetzt hier der nächste Ostblock-Eingang hier? Ist er nicht. Ich würde gerne ins nächste Level kommen. Wahrscheinlich ist das irgendwo versteckt unter dem letzten Stein. Ich bin doch nur ein arme Schwein. Langsam werde ich sauer. Junge. Kann doch nicht wahr sein. Alter. Was ist los hier? Ich will mir Level 5 safen wenigstens. Gott sei gedankt, ey. So nicht. Puh. Oh. Hopp. Äh. Das ist nicht weggelaufen. Das kann ja was werden hier unten. So. Das kann ja was werden, ey. Ressource. Was haben wir denn heute? Heute ist der Donnerstag. Da kann ich eigentlich freitags. Ja, das kann man eigentlich machen, ne? Das ist das Riesen-Gorb. Tada. Achso. Maschine voll. Das ist so gut. Maschine voll. So. Das da rein. Schleim da rein. Silbererz da rein. Flamme-Essenz. Achso. Das ist Flamme-Essenz. Und das andere ist Monster exakt. Ah. Okay. Kupfer kommt nach drüben. Golden nehmen wir auch mal eben so ein bisschen schon mal mit. Auch ja eigentlich auch gerade keiner. Sprengstoff haben wir noch ein bisschen. Okay. Ach, hier ist auch noch so. Hä? Och. Weckt mich doch ein Pum. So. Was sind das jetzt hier? Sammlung. Einfach nur Sammlung. Aha. Eine Sammlung. Die Truhe ist voll. Das gibt's doch nicht. Achso. Ich hab ne... Achso. Ich hab ne Angeln hier, ne? Warte mal. Ne. Ich hätte gerne mal ne Steintruhe wieder. So. Herstellen. Schrottruhe. Ne. Die will ich nicht. Steintruhe. So. So. Das heißt. Der Lokbo kommt hier hin. Das kommt hier hin. Die Rude kommt hier hin. Die. Die kommt hier hin. Die kommt hier hin. Die kommt hier hin. So. Das kommt jetzt alles hier rein. Schön. Ruhe. 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 Lockvogel. Was? Ruhe. Lockvogel. Äh. Ja. Die auch. Hab ich die anderen denn schon alle aufgemacht? Oder hab ich die irgendwo wieder hingeschmissen? Warum hab ich hier ne Milch drin? Ne. Die Truhen hab ich noch hier. Alles klar. Alles klar. So. Das hier hin. Das hier hin. Das hier hin. Das da hin. So. Mal ein bisschen umräumen eben hier. Ein bisschen umräumen eben hier. Zack. Zack. Dann auch wieder rein. Steine können eh da mit rein. so. Äh. Wupp. Wupp. Ja. Jetzt. Hätte ich auch. Nachhammer. Na ja. Steine. Ähm. Steine. Ähm. Holz. Schrott. Also Müll. Warte mal. Das gefällt mir jetzt aber gerade so mal eben gar nicht. So. So. Jetzt gefällt es mir. Äh. Gefällt mir auch nicht so wirklich besser. So. Sieht's ein bisschen. Sortieren. Kann man es nicht sortieren? Gesamt. Ne. Kann man nicht. Ne. Schade. Oder? Transferieren. Achso. Ich hätte auch alles. Ja. Truhe sortieren. Mit Tab. Mir ist warm. Mir ist heiß. Das ist ein Scheiß. So. Huh. Hängen wir doch fest irgendwo. Ne. Die ist. Das ist eine ganz normale Sache. Ähm. Ba 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 ba. Ne. Warte mal. Ruh sortieren. Bam. Fertig. Keine Ahnung warum die so rot sortieren. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Alischen. Achso. Ich weh seht net. Ich weh seht ja auch net. Was ist denn hier eigentlich drin? Achso. Ich hab mal auch noch Bananenkaffee. Ah. Okay. Okay. Ja. So kann das auch gehen. So. Ich würd sagen wir gehen jetzt einmal Heier machen. Weil ich muss nämlich ganz dringend auf Klöchen. Und mal eben einmal frisch Luft irgendwie schnappen. Ah ja. Küchensachen. Geh jetzt zu Bett. Gute Nacht. Bis zum nächsten mal. Bis zum nächsten mal. Nun fixed. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020